Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Fall von TechLight mit dabei David und 85 wieder und ein wo ist er jetzt wo ist er jetzt Achter, da ist er, da ist er Yoshi Ne wo ist er Yoshi Achter, da ist er, ja super dass ihr beide Blau und Silber seid, ne da fällt ihr natürlich auch Bitte und unsere Begrüßung macht natürlich da Ja mitten drin Immer, immer Okay So jetzt machst du deinen Boost Was mach ich, okay Äh, ich glaub die beiden waren für Tabelschneiden Ähm, die ME Was brauchst du nochmal, ME Was brauchst du Was machst du jetzt, Input oder Ich weiß nicht, ich mach erstmal den, die Kabel Was machst du für was Die ME Kabel Ja Da drüben sind doch noch ME Kabel Silikon, hab ich, ich hab Silikon, Goldbar und Reston, passiert trotzdem nix Ja, aber den Quarz-Cutting-Kleif brauchst Also erst Quarz-Kabel Legt das Zeug, ich legt das Quarz-Cutting-Kleif in den automatischen Crafting-Tabel Das brauchst du dafür Okay Und jetzt? Und jetzt? Ja, David, und jetzt? David Ja, äh So, so Boah Das stand aber in Achso Da, diesen Ah, gut, eins Äh, super, jetzt fehlt mir eins Jetzt brauch ich noch einen K-Warz-Cutting Wir haben doch diese Was brauchst du? ME Basic Was brauchst du denn? Warte kurz, äh Das Das stürzte sich David in den Tod Das Nein Nein, ich häng an dem Kaktus fest Ah, die Dinger hämmert doch hier drin Guck doch mal hier rein Im E-System, da hämmert die Dinger drin David hat er auch schon einen Haufen hergestellt Na, Haufen Ich mach jetzt den Import Äh, schlafen Okay So, jetzt muss ich die brennen Guck mal hier rein Hier sind das schon So viele Ja, ich will das trotzdem rauskriegen Ja, okay So, wie heißen die jetzt? Ah, ist klar, gut Nehmen wir die einfach mit Das Leben kann so einfach sein Ich brauche Quarz und Eisen und Redstone Ja, mit Quarz könnte ein wenig knapp werden Läuft schon wieder, oder was? Na, was ihr fragt Ja, David, ja David hat einen Computer Nein Joshi, wie geht denn das? So, was haben wir alle nicht Nur David hat das Aber der Computer hatte kein Antiviren-System Ja, nee Das ist nicht wahr Der hatte ein Antiviren-System Und zwar ich Ich bin ein Antiviren-System Das ist ein Antivirus vielleicht So, jetzt fahren wir die Genau Wie machst du die hier? Quarz, Tast und Glas Okay Quarz Nehmen wir uns ein halbes Stack Und Glas Ja, wir brauchen mehr Busse Also kannst du nicht mehr Busse herstellen, gell? Ah, okay, gut Mach ich Letzter Fund, AdWare Multiplug Oh mein Gott Ich hatte da hätte Sack gebrochen Nee, nee Ich lasse immer weiter durchlaufen Okay, solange es keine Lexus ist Äh, Joshi, kannst du mir noch ein paar Bist du gerade im Haus? Ja Kannst du mir ein paar Äh, ne, 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 acht reichen Was? Ne, reicht schon Ne, ne Ich habe jetzt acht Input Echt, acht Converter-Matrix hergestellt Das mir sollte reichen Okay, ja Sollte lang Keine Tipp, du brauchst pro Maschine genau einen Import und einen Export-Bus Okay Wie viele Maschinen haben wir? Das wäre auch mal witzig Wichtig zu wissen Fünf Das macht zehn Oh, da fehlt mir noch ein bisschen Ja, aber Input und Output Ja, ja, aber ich mache jetzt mal Warte, zehn Zehn Maschinen Also brauchen wir zehn Input Import-Bus Also mach ich, probieren wir mal den Export Äh, Eisen, 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 Eisen Du hast den Oh, mir Äh, Konverter-Matrix hast du wie viel? Äh, Konversion-Matrix habe ich jetzt acht Ich würde jetzt die Nummer zehn herstellen Also du machst was für einen Bus-Nummer? Den Import Mal hier Export Ja, okay Das heißt, ich brauche Das da Hast du jetzt alle Jetzt bin ich geflogen Warum? Aus Minecraft? Ja Warum? Ach, er zerstreikt schon wieder Ist er bei der GDL? Äh, nee Ja, natürlich Eins Zwei Drei Drei Fünf, sechs, sieben, acht, neun Zehn Sollte reichen Ja, genau Äh, ich brauche 20 davon Okay, gut Okay, das sind die Falschen Dabei Noch mal Bind Activation E D D Dabei M M Wird der Yoshi jemals mal rausgehen? Nein Nichts Wer wüsste ich lass grad den Regenschirm ja ploppen äh Yoshi ich stell grad ein paar Quarz äh Dinger her Quarzkabel falls du noch brauchst oder so äh hast du noch äh diese eine im E-Sachen die man seine Basis-Prozessor die blaue Dinger da ne die hab ich nie benutzt ich muss die goldenen benutzen ja die brauch ich auch okay dann kriegst du ja meine goldenen dann erstmal ich weiß dass ich sie irgendwann brauchen werde ja wie viel hast du denn jetzt gemacht davon äh ich habe jetzt äh du hast alle bekommen jaja so jetzt muss ich erstmal gucken okay jetzt brauch ich Glas das wird hier nur Rezepte schmeißen äh werfen hier ja ja äh und Eisen äh ist ein Redstone Redstone ja David ist mal kurz auf K er kommt gleich wieder höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch nicht er kommt wieder keine Frage hast du jetzt ganze Eisen raus? ne ich hab noch gar nicht ich hab nur 24 Eisen rausgenommen aber ach da ist es ich auch grad die ganze Zeit ne ich hab's schnell gefunden ach da ja man übersieht es leicht brauche ich Glas? sag mir wir haben wieder kein Glas doch wir haben Glas aber viel zu wenig so das heißt 10 Input ich bin kurz davor ich bin kurz davor export jetzt brauche ich den klebrigen Kolben los ja den brauche ich ja auch das brauchen wir Joshi? ja sind schon wieder durch okay warte kurz okay Leute bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao